Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von O'SHUN, eurem Sneaker-Streetwear-on-Lifestyle-Podcast mit meiner Wenigkeit, Amadeus Thüner, und einem Gast. Und unser heutiger Gast veröffentlicht nun seit 25 Jahren schon Musik. Er hat einige der wichtigsten Deutsch-Rap-Zeilen aller Zeiten geschrieben. Seine Interpretation von Reggae, Soul, Funk und auch Rock hat er nicht nur in die Charts, sondern auch auf die ganz großen Bühnen gebracht und ist heute, hands down, das muss man so sagen, einer der ganz großen deutschsprachigen Künstler unserer Zeit. Dafür gesorgt hat eine Mischung aus Kreativität, Spaß, Haltung und sicherlich auch Style. Die FAZ sagt ihm einst eine natürliche Lästigkeit und eine durchaus angenehme Coolness nach. Ich würde ergänzen, dass Yandile einfach weiß, wie man float. Er liebt Sneaker und Chelsea-Boots, Caps und Anzüge gleichermaßen und das wahrscheinlich alles nur, weil es am Ende des Tages eben um Style geht. Oder darüber sprechen wir auf jeden Fall unter anderem und auch über seine Karriere. Die ist nämlich durchaus beeindruckend. Jan, welcome to the show. Moin, vielen Dank für diese schönen Worte. Wenn du an deine Zeit als Heranwachsender zurückdenkst, welcher Style hat dich mehr interessiert und gecatcht? Der von Udo Lindenberg oder der von Public Enemy? Der von Public Enemy. Das kann ich, also das kommt so schnell, wenn du jetzt, wir reden von Äußerlichkeiten, ne? Ja, genau. Also wie man sie angezogen hat, wie die Klamotten aussahen. Sofort. Also das Ding ist natürlich, dass ich Udo zuerst kennengelernt habe, muss man fairerweise sagen. Weil das war das Erste, was ich selber entdeckt habe, was nicht aus der Plattenkiste meiner Eltern kam. Und da war ich sechs. Und da geht es noch nicht so sehr um Äußerlichkeiten. Obwohl doch schon, ich habe Trio und Mena auch über ihre Klamotten und sowas wahrgenommen. Doch, stimmt. Aber das war jetzt, dann sagen wir so, Udo hat mit allen Sachen gepunktet, aber nicht mit seinen Outfits bei mir. Also ich liebe seine Outfits, aber das ist einfach nicht, das ist seine Welt, das ist nicht meine Welt. Ja, gerade als Heranwachsender ist das wahrscheinlich dann nicht so was einso unbedingt bekommen. Ja, genau, genau. Da fühlt man sich, keine Ahnung, da hat dann sowas wie Nena oder Trio, die haben da schon noch einen anderen Esprit gehabt, glaube ich, einfach. Von den Farben und von dem, was damals angesagt war. Aber alles andere bei ihm ist einfach so unfassbar geil gewesen. Und dann hat mich so ins Mark getroffen, dass es da auch völlig egal ist. Das ist auch schön und wichtig, dass es völlig egal ist, was derjenige anhat oder anhatte. Aber wusstest du jetzt abseits von einem Plattencover und vielleicht dem, was man so im Booklet, im Inlay, Gatefold gesehen hat, darüber hinaus, wie Udo Lindenberg aussieht, wie er performt und macht und tut oder war es wirklich nur eine Welt, die sich über die Musik gebaut hat? Das war eine Welt, die hat sich über die Musik gebaut. Ich habe das dann ziemlich schnell erfahren. Es war halt erstmal so, ich weiß noch genau, wo das war. Ich bin mit meiner Tante und meiner Oma nach Sylt gefahren und wir waren auf dem Autoreisezug oben im Auto. Da sitzt man im Auto, aber sitzt halt da und fährt auf dem Zug über den Hindenburgdamm, übers Meer, übers Wattenmeer. Und dann hat sie das Tape reingemacht und ich so, was ist das denn? Und der Witz war, die ganzen Songs, die ich so abgefeiert habe und die ich kennengelernt habe, die waren da auch schon zehn Jahre alt. Also das sind die ganzen alten, tollen Songs, die waren da auch schon quasi fast oldies, aber mich hat es halt umgehauen. Dann bin ich in die Bücherhalle gegangen und da konnte man sich MCs ausleihen und dann habe ich mir alles von Udo, das waren halt die aktuellen zwei, drei Platten und die waren dann schon so der neue Sound, so dieses, ich sag mal so elektrische AC-DC, da fing es dann an vom Sound her auch nicht mehr so geil. Das war dann die 80er und das Digitale kam und das klang nicht mehr so geil, aber ich fand die Songs und die Texte noch gut. Aber dann ging das auch schnell los, dass er sich auch ein bisschen verloren hat im Alkohol und im künstlerischen Ende der 80er und 90er waren nicht geil. Aber ich habe ihm immer die Stange gehalten, weil er mich einfach so infiziert hat mit seiner Haltung und seinem ganzen Ding und seinen Songs. Und als ich in der Bücherhalle diese Kassetten geholt habe, habe ich dann ein Bild gehabt. Das war dann das aktuelle Bild. Und das war schön ein Bild zu haben, aber das war jetzt nicht so, dass mich das irgendwie von den Klamotten her oder so in irgendeine Welt geholt hat, wie wenn ich ein Prinz-Album in der Hand hatte oder dann eben irgendwann Public Enemy, weil mit 10 kam dann Rap und das ist dann halt wirklich, das war ein Run-Dim-Sea-Walk-This-Way und das hat mich umgehauen. Ich habe erst mal nur es gehört, Gott sei Dank. Und das hat mich umgehauen. Wo hast du es gehört? Im Radio in Frankreich im Urlaub. Okay. Mein Onkel hat so eine alte Bullenschüssel umgebaut zu einem Wohnmobil und mein Vater hat die ausgeliehen und dann bin ich mit meinem Vater nach Frankreich. Und da geiles Radio, geile Mucke. Meine Eltern haben nie Radio gehört, wir haben immer nur die aufgenommenen Tapes gehört im Radio. Aber wenn wir in Frankreich waren, dann haben wir immer Radio gehört, weil da war geile Mucke. Das ist aber echt so. Und dann lief halt Walk This Way. Und ich habe nur gedacht, was ist das für ein geiles Schlagzeug und wie laut ist das? Und wie cool singen die oder sprechen die? Oder was ist das? Was ist das Geiles? Wie cool ist das? Aber es hat mich total abgeholt. Ich wusste ja aber nicht, dass das Rap ist. Dann zeitgleich meine Mutter war in New York, weil sie ist Fotokünstlerin und hatte da eine Sammelausstellung und kam zurück. Wir haben sie dann in Bordeaux vom Bahnhof abgeholt und sie meinte, ey Janni, da ist was. In New York machen das alle und hören das alle. Da stehen Jungs an der Ecke und machen das. Und das heißt Rap und ich glaube, das ist genau dein Ding. Und ich war zehn und wusste aber nicht, dass das, was ich eben gehört habe, aber ich habe es mir irgendwie gedacht, dass das, was ich gerade gehört habe, auf dem Hinweg dahin quasi das sein könnte. Und dann war ich zu Hause und dann wieder und da habe ich Formel 1 geguckt. Und da war ein Run-DMC im Studio, schon mit It's Tricky, also schon eine Platte später. Walk This Way war da wahrscheinlich schon ein alter Hut gewesen. Und dann habe ich sie auch gesehen und dann habe ich den Style gesehen und dann die offenen Tonschuhe und alles einfach. Wow, krass. Das hat mich dann gleich mitgeflasht, mit den Beats und mit den Raps. Und Public Enemy, weil du eben nach Public Enemy gefragt hast, das war dann der nächste Impact. Das war dann irgendwie zwei Jahre später, würde ich sagen mit zwölf oder so, bei Worm, das Album mit Textination of Me and To Hold Us Back mitgenommen, da rausgeholt, aufgelegt, wo man anhören kann. Da konnte man die Platten dann anhören und gucken, ob man sich die kaufen will oder nicht. Das geht los mit den Sirenen, mit der Live-Aufnahme aus London und das war wie so ein Urknall in mir drin. Und ich habe das ganze Ding durchgehört, gekauft, nach Hause, durchgehört, durchgehört, durchgehört. Und da kam der Style natürlich, das war Arsch auf einmal, so Raiders Cap, Raiders Jacke. Wow. Ich wollte gerade fragen, so was genau, aber ja. Weißt du auch noch, einfach die Insignien der Zeit und alles einfach, naja, das war, die trugen alle heilige Gräle, die es bei uns nicht gab, hatten die alle an, ganz abgesehen davon und dass es ja auch gar nicht darum ging, das zu predigen, sondern die auch wirklich sehr gute Sachen erzählt haben. Und das hat mir und meinem Werdegang auch sehr viel gegeben, natürlich 5000 Mal mehr als die Klamotten, aber trotzdem sind deshalb die Klamotten immer auch ein Bestandteil dann bei mir gewesen, denke ich mal, weil es mir einfach wichtig war und weil nicht nur die Liebe für alles andere an Hip-Hop, für die Skills, für die Kreativität, für das Individuellsein und für das Rausstechen angezündet wurde, sondern eben auch für das, wie man sich außenrum äußert. Jetzt gab es die Sachen natürlich nicht direkt zu kaufen. Und das war ja gerade das Geile. Unser Eins könnte ja heutzutage, aber damals ging ja nicht. Ja, genau, deshalb ist das uninteressant. Also dieses ganz... Also es war schon also das Ding, was dich da auch dann interessiert, also wie komme ich jetzt an diese verdammte Raiders Jacket? Wo kriege ich die Kreativität? Das war das Ding, es ging um nichts anderes mehr. Wenn irgendwer nach Amerika geflogen ist, dann hieß es, ey, kannst du mir was mitbringen? So eine Levi's auf jeden Fall, immer, weil die haben dann 20 Dollar gekostet und dann hattest du die richtig krass, die ganz blauen, ganz neu. Dann auf jeden Fall irgendwelche NBA- und NFL-Sachen. Also an eine Jacke, an eine Starterjacke wollte man gar nicht denken, aber ein Shirt. So Detroit Pistons oder Bulls oder Lakers oder so. Und das war das Game. Und sobald wir konnten, sobald wir irgendwie... Also mein erstes, guck mal, mein erstes Paar Jordans, Vierer-Jordans, das war sowieso als der Vierer-Jordan... Ich habe dann, ich war Gott sei Dank mit... Mein Papa hat mich mitgenommen nach New York, er hat dann einen Film gedreht, da war ich 13. Das war 89, genau, als die Mauer gefallen ist. Das war wirklich noch gar da New York. Der Times Square war voller Crack-Junkies und wir haben da in der YMCA gewohnt. Das war wirklich richtig rotten, aber es war so geil, weil es war genau das New York aus der geilen Zeit, die immer noch die geilste Zeit ist. So 89, keine Ahnung, Big Daddy Kane, Public Enemy, De La Soul, aber dann auch noch im Winter, so richtig New York. Also wenn schon, denn schon. Und ich bin da so rumgelaufen und es war halt für mich das Krasseste. Mein Vater hat mich auch überall einfach rumlaufen lassen. Ich bin alleine in die Plattenläden, in die Turnschuhläden. Ich war da überall, habe das aufgesaugt, bin durchgedreht. Und was wollte ich eigentlich erzählen? Genau, und da habe ich natürlich den, da kam genau der Vierer-Jordan raus. Oder war es der Dreier? Nee, ich glaube, es war der Vierer. Der mit dem Netz der Vierer, 89. Und auf einmal, dann habe ich mir da eben die ganzen, es gab ja Rap-Bravos da, es gab Rap-Pages. Und wie hießen die noch, Rap-Pages hieß das eine. Und dann, ich weiß nicht, ich habe mir sie alle gekauft. Und dann Ice-T hatte diese krassen Schuhe an. Und dann Ice-T war, glaube ich, der Erste, der sie anhatte. Bin durchgedreht. Ich habe die da aber nirgendwo irgendwie gesehen. Das war, die waren ja auch arschteuer. Und ich war in den ganzen Ghetto-Schuh-Läden. Und dann hatte ich meine ersten Jordans, Vierer-Jordans, die waren quasi zweimal weitergegeben. Also jemand hatte sie in London gekauft. Das waren die Blauen, die ersten mit Blau, Weiß-Blau. Military Blue. Eine in London gekauft, nach Hamburg getragen, sie an jemand anders verkauft. Und der hat sie mir verkauft. Also aber jeweils lange getragen. Und ich musste die Innensohle rausreißen, damit sie mir überhaupt passen. Ich habe die natürlich immer noch. Du hast den, hast du wirklich immer? Ja, natürlich. Okay. Klar. Und der war, glaube ich, auch mal in irgendeiner Nike-Ausstellung. Und ab da, wo wir konnten, ab da, wo wir alt genug waren, war es, oder auch schon vorher. Ich habe das Glück gehabt, dass mein Papa, ein sehr guter Freund von meinem Vater war, war ein Filmemacher aus Amsterdam, aus Holland. Toller Typ, Johann van der Kolken. Und deshalb waren wir ganz oft in Amsterdam. Und da gab es das alles. Da gab es Graffiti, da gab es geile Turnschuhe, da gab es Rap überall, da konnte ich MTV gucken. Das war halt so das Paradies. Und da dann angefangen, da konnte ich mit Troop, ich weiß nicht, ob dir Troop was da gibt. Natürlich. Der Shit. Troop-Schuhe habe ich mir gekauft. Ich habe drei Paar Troop-Schuhe getragen damals. Also immer dann, wenn die durch waren, die nächsten mir da geholt. Das gab es nur irgendwo anders. Die Low-Cuts oder dann die High-Top? Ne, die Low-Cuts. Und zwar aber die ganz einfarbigen. Nicht diese scheiß Lametta-Dinger, sondern so richtig fette, geile, schwarze. Black on Black. So einen abgerundeten und einen, wie hießen die? Predator? Ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Einen habe ich auch Dennis. Die sind mir zu klein geworden. Da habe ich die Dennis gegeben. Troop gab es da. British Knights. Den ganzen Scheiß. Und halt auch alles, was es in... Es gab ja noch nicht mal Footlocker in Deutschland. Und es gab das einfach nicht. Wir hatten ja gar nichts. Und deshalb war es halt der Sport, eben nach Amsterdam, Paris und London zu kommen. Irgendwie. Oder man kennt jemanden, der und dann Schuhe mitbringen. Das war das Game. Und das war der Shit. Das war einfach so richtig... Goldgräber-mäßig. Ich meine, mich erinnern zu können, vielleicht bilde ich es mir aber auch ein, dass rund um den Videodreh damals von Grüne Brille du auch sowas gesagt hast, wie hier Amsterdam und hier passieren die Sachen und hier kann ich mir meine Air Max kaufen. Und dann habe ich es mir nach Hamburg mitgebracht und so. Da war es dann natürlich... Da war es dann schon so, dass es in Deutschland Footlocker gab. Und ich weiß auch noch genau, genau zu der Zeit, wo wir das Video gedreht haben, 2000, kam der Redrop dann raus von den Vierern, von den Weißen, von den Schwarzen, von den Zements. Nacheinander kamen die alle. Ich habe mir die alle gehört. Ich weiß das genau, weil ich in der ersten Single von dem Album, Ladida, bei dem Videodreh habe ich die Weißen nämlich an. Und die gab es bei dem ersten Footlocker in Hamburg, in Mönchelbergstraße. Und da gab es quasi, ging es schon los. Man konnte Vierer Jordans kaufen wieder. Es gab Air Max, aber immer nur so zwei, drei Farben. Und dann in Amsterdam war halt... Ich meine, die hatten uns zehn Jahre Sneaker-Kultur voraus. Und ich kannte genau die Läden auch. Und die hatten dann 20 Farben, einser, 20 Farben, 90er. Und... Also Kind im Süßigkeitenladen dann. Im Süßigkeitenladen, voll. Genau, weil die 90er wurden auch gerade wieder... Gab es auch wieder die ersten Wiederauflagen. Ich weiß gar nicht, womit das losging. Ich glaube, mit so einem... Den habe ich auch mir sofort geholt. Weiß mit so einem komischen Royal-Blauen Keil. Oder nee, so einem Blau-Keil und Schwarz. Ich meine, das waren die Ersten. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Jordans ist, glaube ich, jetzt gerade ein bisschen erklärend, warum. Du warst in New York, warst mit deinem Vater unterwegs. Du hast es gesehen. Gerade das Kulturelle war natürlich rund um 89 extrem groß. Air Max? Dann Amsterdam-Ding? Oder wo kam die Liebe her? Ja, das ist genau. Jordans ganz normal Army-Hip-Hop und Basketball und das. Und in meiner Hip-Hop-Brust schlägt das amerikanische Herz, aber auch das europäische Herz. Und das wird vor allem repräsentiert durch Paris und vor allem London. Und es gab einfach eine Zeit, gerade auch, weil es die Erreichbarkeit war und diese beiden Szenen sich als erste emanzipiert haben und uns gezeigt haben, wie man die ganze Hip-Hop-Kultur mit Graffiti... Ich meine, ey, muss man auch mal ganz ehrlich sagen, ab 85 hat Europa Graffiti-mäßig gezeigt, wo es längst geht und hat die nächsten Steps vorbereitet und gemacht und getan. Das ist nun mal so gewesen. Und ab der Zeit, irgendwann fängt man an, sich dafür zu interessieren und das sind die Städte, die man kennt, die erreichbar sind und wo man sich, weißt du, wo man... Amerika ist so weit weg und so ein Phantasialand. Und dann merkt man, wie die geile eigene Styles entwickeln. Und in London kam dann eben was, was in Deutschland Britcore getauft wurde. Das war im Prinzip die Musik von Public Enemy mit 20 Loops übereinander noch krasser, noch schneller und noch härter. Und alle die Britons, das hat uns alle... Das war unser Ding, vor allem in Norddeutschland ging das richtig ab, weil wir auch so eine Nähe zu London haben. In Amsterdam, glaube ich, auch. Und das hat einen ganz eigenen Style entwickelt. Und zwar so ein... Ich habe dann immer sofort MC Duke im Kopf, das ist einer von den Rappern. Aber egal, das ist so ein Style, halt so eine Goosejacke, also Leder-Down-Jacke mit Fake-Pelzkragen, aber eng. Title Jeans oder am besten auch... Davon da kommt das Ganze hier unten, Socken- oder Hosenkrempeln. Also, dass unten entweder ein Gummiband drin ist oder schon ein Gummizug, weil es eine Hip-Hop-Marke ist. Oder... Also einfach dieses, das unten, diese Silhouette, das unten, das zusammenläuft. Aber jetzt auch nicht so ein Baggy-Pant, sondern so eine coole, normale Weite zusammenläuft. Das kommt aus London und aus Paris. Und zu dem Look gehört eine Amex. Das war immer schon so und das wird auch immer so bleiben. Das ist so eine Silhouette. Und weil die einfach schnittig sind und die genau das haben. Und je nach Mood war es damals auf jeden Fall der 90er, weil der 90er noch dicker ist und noch gefährlicher. Schön gesagt. Und der Einser ist halt mehr, der wurde dann in den Nullerjahren so wichtig oder weil dann die Baggies auch weg waren und die Röhrenjeans kamen und dann die ganzen Frauen den getragen haben mit den Leggings. Und das ist einfach... Ich habe den Einser dann auch ab da lieben gelernt und mag ihn jetzt auch lieber als die 90er. Aber so mit den ganzen Baggiesachen und mit den ganzen 90ern musste es auch der 90er sein. Der gehört zu der Silhouette. Und Einser ist für mich eher dann Nullerjahre. Warst du dich wichtig, dass es dann unbedingt so ein Infrared Air Max 90 war? Nee, nur den. Ich mochte ich am wenigsten. Oder war es dann einfach das, was dich interessiert hat, was du gesehen hast? Oder war es überhaupt das nehmen, was man kriegen konnte? Das. Also erst mal natürlich am Anfang das nehmen, was man kriegen konnte. Es gab ja sowieso immer nur einen Colorway, dann kam irgendwann ein zweiter, dann kam ein dritter, so fertig. Und ich hatte ja auch gar keine Kohle oder so. Man hat immer ein paar Schuhe gehabt und dann hat man vielleicht nochmal sich eins geholt und nochmal und so und dann hat man so ein bisschen variiert. Aber das war es dann so. Also dieses Ding von heute oder was du da gestapelt hast, sowas gab es gar nicht. Wäre gar nicht gegangen, selbst wenn man Rich Kid gewesen wäre. Alles war ja nur in kleinen Stückzahlen und Variationen überhaupt da. Und dann wurde das immer größer und quasi parallel zu meinen Möglichkeiten, mehr Schuhe zu kaufen, weil es beruflich ganz gut lief, kamen auch immer mehr Modelle und kamen auch Modelle direkt nach Deutschland. und irgendwann gab es dann Ebay und so und das ist quasi zeitgleich passiert. Und weg war die Gage. So. Und keine Ahnung, in München gab es dann Läden wie Mighty Weenie. Shoutout. Shoutout auf jeden Fall, der einfach genau so ein Sneaker-Verrückter war. Und auch in den 90ern einfach dann, in Berlin gab es die ganzen Läden, die sind dann nach Amiland gefahren und da haben wir dann in Kellern gestöbert. Genauso wie die Platten, Digga. Und haben riesige Auflagen von verschollenen Windrunnern. Meiner Meinung nach auch ein Schande, dass es den Windrunner nicht mehr gibt. Und der gehört genauso zu dieser coolen europäischen Silhouette mit der Downweste und den slicken Klamotten und der 90er Cap. ist ein Windrunner genauso geil passend wie ein Air Max 90 oder ein Einser. Und es ist eigentlich echt doof. Ein Windrunner, wenn irgendwie die nochmal neun jungen Superstars sein, rapmäßig, der müsste eigentlich den Windrunner nochmal wieder... Ich glaube, da gibt es ganz viel, vor allen Dingen im Nike-Archiv, wo sich Leute darüber freuen würden, wenn das mal wieder käme. Gerade so Sachen, die so Ende 70er, Anfang 80er veröffentlicht wurden. Aber wer weiß. Nee, lieber Ende 80er, Anfang 90er. Ich finde das eine geilere Zeit von den Designs. Das andere ist mir zu... Weiß ich nicht. Das ist dann meistens zu unhiphopig und zu unfett und zu tennismäßig oder laufmäßig. Genau, guter Punkt. Wenn wir schon in der Zeit sind, gerade so mitten 90er, endneunziger, aber wahrscheinlich eher mitten 90er, die ganzen Basketball-Silhouetten waren ja durchaus abgespaced. Da gab es ja unfassbar viel. Mit Colorways wurde gar nicht so viel gebastelt, weil die NBA das ja damals noch gar nicht so erlaubt hat. Wo du das gerade sagst, ich habe Quatsch erzählt. Mein erstes paar Jordans waren überhaupt nicht die Vierer. Sondern? Mein erstes paar Jordans waren die Original 1er Rot-Schwarz, die neulich bei dieser Auktion für 37 Milliarden Euro weggegangen sind. Aber nicht der leider. Nicht der, sondern im Gegenteil. Ich habe Bassober gespielt beim BCJ und ich habe mir dann halt immer irgendwie irgendein cooles Modell geholt, irgendwas, was im Sonneangebot irgendwo war. Man hat ja auch immer ausgecheckt, wann wo was zu haben ist, bei welchem Karstadt oder bei den Pupsläden, die es halt gab, gehört es. Und dann habe ich geahnt, bei Karstadt in einem Spittel-Osterstraße gibt es den Jordan, den ich kannte vom Grandmaster-Flash-Cover in gelb-schwarz, in rot-schwarz. Also quasi den ersten und für 59 Mark. Und dann war meine Oma zu Besuch und dann habe ich sie so krass belatscht, wie man mit seiner Oma belatschen kann. Und dann ist sie mit mir, mit der U-Bahn da hingefahren und dann habe ich die bekommen. Und das Krasse ist, ich weiß noch genau, es war Größe 37, nee, Quatsch, es muss größer sein, meine Mutter hat, ich glaube, es war Größe 39 und wie das in dem Alter so ist, das hat man nur ein Jahr, die Größe und dann waren sie mir zu klein und dann habe ich sie meiner Mutter gegeben und sie hat sie dann getragen und dann habe ich irgendwann mal so zehn Jahre später gefragt, ey, sag mal, Mama, die Einser-Jordans, so rares, der Shit, das war die erste Auflage vom Einser-Jorden, hier, wo sind denn die? Ach so, ja, nee, die habe ich so aufgetragen, die habe ich dann weggeschmissen, die waren irgendwie so durch und ich so, das hast du nicht gemacht, das hättest du mir noch sagen müssen, das war in meinen ersten Jorden, so Gott, was hast du getan? Ich glaube, das geht vielen, so diese Geschichte, gerade mit solchen Schuhen, die dann halt irgendwann noch auf einem Dachboden gelandet sind oder ähnliches, die verschwinden dann mal irgendwann. Ja, leider nicht. Ja, aber dann irgendwann, wenn der Dachboden aufgeräumt wird oder der Keller, dann verschwinden die dann leider sind es nicht so geil. Air Max, Thema 90er, hattest du schon gesagt, ist das, was dich am meisten da auch interessiert hat und die Gagen... Ja, weil Jordan halt auch nicht, der war nicht erreichbar. War nicht so verfügbar, genau. Nee, gar nicht. Die Gagen wurden besser, passenderweise. Weißt du noch, was du dir von der ersten größeren Gage geleistet hast? Vielleicht war es auch nicht mal ein Turnschuh, aber wo du zumindest dachtest, so okay, das ist jetzt wenigstens nicht ganz so schlimm, wenn ich mich damit sozusagen belohne. Kannst du dich da noch dran erinnern? Also ich weiß noch genau, was die erste große Gage war, die wir mal gekriegt haben, aber ich überlege gerade, ich weiß nicht mehr, was ich mir davon geholt habe. Vielleicht genau... Nee, die hatte ich da schon an. Da gab es nämlich den ersten Einser bei... So ein Re-Edition-Einser, das war so 96, 97, den blau-weißen. Aber den hatte ich da schon. Nee, ich weiß nicht, was ich mir davon geholt habe. Ich weiß, also so ganz Klischee-Ami-Film-mäßig habe ich, aber nicht, weil es so ein Klischee-Ami-Film ist, sondern weil es einfach so war und weil es mir ein Anliegen war und es einfach gepasst hat von dem ersten Kohle, die wir gekriegt haben für Bambule, habe ich meinen Eltern ihren Kredit bezahlt, den sie aufgenommen haben, weil sie ein Haus gebaut haben, also eine Scheune umgebaut haben. Und dann habe ich denen das quasi, habe ich die da rausgekauft. Das ist leider jetzt viel zu sympathisch. Ja, das ist... Ich dachte jetzt kommt... Naja, Rapper-Klischee-mäßig habe ich mir erst mal einen Benzer gekauft und eine Goldkette. Nee, nee, das ist eigentlich das Rapper-Klischee. Eigentlich erst mal wieder zurückgeben in die Familie. Okay. Aber dann, als du das getan hattest und mal auf die Kacke hauen wolltest, das war genau die Zeit, pass auf, es war exakt genau die Zeit, wo ich Geld verdient habe, das erste Mal in meinem Leben, war die Zeit, wo auf einmal die Dreier-Jordans rauskamen, hier weiß, schwarz, grau. Alles klar, ich nehme alle. Und dann vom... Den 97er gab es ja auch noch, der war damals auch voll am Start, den habe ich ganz vergessen. Ja, dann nehme ich auch drei Farben und die auch noch und das auch noch. Und dann habe ich mir all das, so alle nur noch Kopf geschüttelt. Ja, ich habe mir die ganze Scheiße geholt, was nie ging und habe es mir erfüllt. Genau das. Ich habe echt Turnschuhe gekauft. Wie ein Bescheuerter. Rest auch? Also Jacken, Caps, etc. Gerade die Caps ist ja auch ein Riechending bei dir. Ja, aber nicht so exzessive Schuhe, muss ich einfach mal eingestehen. Jacken. Jacken. Ja, aber dann kam ja auch noch, dann kommt es ja auch noch zusammen, dass man quasi genau zu der Zeit, wo das dann geht, so der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen, kommen dann auch die ganzen Marken und fangen einem an, Sachen zu geben. Und so, ja. Dann durften wir auf einmal, das war so geil, wir hatten die Chance, als allererste, unser erstes Sponsoring oder Testimonie-Ding, wo wir uns aussuchen durften, war Starter. Die hatten damals in Bremerhaven, gab es eine deutsche Sportfirma, die hatten die Lizenz und die haben da über England, über den Seeweg, den ganzen Scheiß gekriegt. Und wir haben uns alle Yankees-Jacken geholt und die, ja, ich nehme die grüne noch, die silberne und die blaue, super. Und, und, ach ja, die New York Yankees-Cap, die ist sonst nirgendwo, die nehme ich auch und das. Und wir haben alles von Starter geholt, was es gab, die geilen 90er-Jahre-Sachen. Das war der Hammer. Und, ähm, dann, das, weißt du, wenn du solche Sachen dann erlebst und dir dann noch irgendwie in Heidelberg und Mannheim die ganzen Notorious und Red Drum und Elmatic-Sachen hinterhergeschmissen werden, weil du die alle kennenlernst und das sind alldurch noch so coole Leute, dann schrumpft so ein bisschen das Verlangen, sich noch mehr Klamotten zu kaufen. Dann sind auch so viele da, aber bei Schuhen, ähm, erstens hat mir die keiner hinterhergeworfen und zweitens, ähm, äh, zweitens, hätte ich sie mir trotzdem gekauft wahrscheinlich. Aber dann hatte ich eben das Glück, dass dann auch noch irgendwann Friends of Nike gegründet wurde. Und ich meine, ich habe so viel für Nike auch, äh, marketingtechnisch getan. Ich habe ja sogar einen Song damals auf Styliger gemacht, ähm, und, und die haben sich dann bei mir gemeldet, Shoutout an Johannes Bethke und dann durfte ich einmal im Jahr oder sogar irgendwann zweimal im Jahr, da wurde ich in irgendeinen Showroom gerufen und dann haben die mir die neuen Modelle für Deutschland gezeigt und dann konnte ich sagen, ja, das, 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 geil, danke. Perfekt. Und dann wurde das zu meiner Plattenfirma geschickt. Deswegen wird man doch Rapper, habe ich gehört, oder? Voll genau das. Auf jeden Fall. Das sind die, das sind die schönen Seiten. Wer hatte Ende der 90er, Anfang der 2000er aus deiner Sicht den besten Style im Deutschrap? Abseits von dir natürlich. Ähm, abseits von mir, ähm, also ich, ich hätte mich sowieso auch ohne das Abseits nicht da reingezählt, glaube ich. Also kommt auf das Jahr drauf an, aber ich sehe auch manchmal Poster, wo ich denke, wow, Digga. Ähm. Gehört aber zu einer langen und guten Karriere auch dazu. Gehört, gehört dazu. Ähm, ja, ich war, wir haben schon irgendwie mitgespielt, aber so jetzt mal fernab, äh, würde ich sagen, auf jeden Fall, weil, also die, die Styler waren so Dender auf jeden Fall. Welche, sag mal den Zeitraum. Ich würde sagen, ab Bambule und dann vielleicht plus fünf Jahre. Okay, also ich fand Style-mäßig generell ging alles, also Bambule waren ja noch so die letzten Ausläufer der Baggy-Zeit, ähm, also wo es noch richtig cool war und ich fand dann Anfang der Nullerjahre, wo das ganze Baggy dann so überhand genommen hat und so eine, aus der, aus der Streetsache so eine Jugend- und Kindersache wurde, also das ist so total Mainstream wurde, das hat das ganze Baggy-Ding dann auch irgendwann so Gott sei Dank gekillt, ähm, und da war das dann auch also schwierig, weil, wenn du sagst Nachbarn Bule fünf Jahre, dann ist man ja schon 2003 und dann muss man ja quasi schon Style-mäßig so nach deutschen Kanye Wests suchen, die quasi sagen, ey, auf eure komischen weiten Sachen, da hab ich überhaupt keinen Bock, ich komm jetzt hier mal, ihr könnt gerne sagen, ich bin schwul, aber ich komm jetzt hier mal in Dunks an und, und Titan Jeans und, und Lumberjack-Shirts, so. Was war mit dieser Dipset-Phase? Und ich überlege ganz kurz und ich muss nur überlegen, ob es so jemanden in Deutschland gab, ähm, von den Rappern, ich glaube nicht, dass ich irgendwem Unrecht tue, wenn ich jetzt sage, nein. Die Dipset-Phase? Riesige T-Shirts? Snaggapilla-Zerrisch? Ja, das war ja dann genau die, das war ja dann der Zenit von dem ganzen Ding und danach war total Schluss. Wie war das für dich? Wie fandst du das? Lustig. Sehr lustig. Und auch selbst ich, äh, muss schmunzeln über irgendwelche XL, ich glaube nicht XXL, aber schon so Polos in Übergrößen und so von Herm, wie heißen die Hermes? Nee. Herma, Übermoden, über, ähm, die ich mir da geholt habe, aber die haben auch andere Colorways gehabt, weil die dann die Ami-Polo-Shirts bestellt haben, die es hier gar nicht gibt, einfach nur, weil es da die Übergrößen gibt und dann hattest du halt coolere Farben, aber wenn ich das jetzt heute sehe, muss ich auch schmunzeln. Du, wir haben uns mit Zabas auch mal unterhalten, er muss auch schmunzeln. Ja, genau, ja, auf jeden Fall. Also gerade, wenn man an diesen legendären Fashion-Freestyle zurückdenkt, wo er und Elmatic ja Worte auf Worte gereimt haben und es dann ja nur noch um diese Marken ging, wir haben uns mit ihm im Interview vor einigen Jahren mal darüber unterhalten und er, ähm, ja, musste sich auch ein bisschen darüber kaputt machen, aber es ist trotzdem legendär. Ja, normal, normal. Am Ende des Tages es geht ja auch ganz viel um Spaß, wenn es um Kleidung geht. Aber es gab leider, es gab wirklich keinen, wenn ich jetzt überlege, fällt mir niemand ein, der quasi hier so ein Vorreiter dafür gewesen wäre, zu sagen, hey Leute, kommt mal hier, das ist der neue Shit. Sondern, äh, das waren eher die Leute, jetzt Rap-mäßig, die vorher schon einen Fick gegeben haben und den ganzen Scheiß nicht mitgemacht haben, weil denen das zu dumm war und die vorher schon normaler aussahen und die einfach in dem Moment tausendmal fresher rüber kamen, weil diese ganzen Baggy, Über-Baggy-Leute, so, ich mich inbegriffen, so ein bisschen dann den Absprung nicht mehr gecheckt haben oder drohten, ihn nicht zu checken und dann so fast Gefahr liefen, so rüber zu kommen wie so Alt-Rocker, die, weißt du, noch mit so Lederhosen mit diesen Schnüren und den Moskitos rumgelaufen sind, wo man selber gedacht hat, ist vorbei, ne? Du hast ja dann irgendwann, ich würde nicht behaupten, den Absprung geschafft, aber du bist ja in eine andere Richtung dann gegangen, weil du auch gesagt hast, musikalisch passt es dann vielleicht etwas mehr, wenn wir uns einen Anzug anziehen beziehungsweise wir alle. Du hast in einem Interview erzählt, dass du auch mit diesem West Coast Style eigentlich klar gewesen wärst, also so Suicidal Tendencies, Button-Down-Shirts. Ne, das war später bei der Rockplatte, da habe ich das auch gemacht. Ah, das war noch mal ein Stück? Das war noch drei Platten später, also, ich habe zuerst eine Reggae-Platte gemacht, da war das noch Outfit noch so eher so Icy-Eyes-mäßig und eher so, okay, ich habe jetzt ein Palituch dabei und dann das erste wirkliche und es war so die Zeit mit so, es war alles ja, es war eine Fackfinger-Platte, das heißt, die ganzen Klamotten waren alle so Militärfarben und ich habe immer 95er getragen, weiß ich noch, und, weil die auch genau gut gepasst haben und ich hatte immer, wir hatten so Parka von Kleptow, so riesige, aber auch eben Militärgrün, Parka mit Orangen-Sandrugger-Band drauf und so, das war eher so ein bisschen der Look und Palituch und Mercedes-Dance kam dann 2006 und das war dann quasi eine neue Mucke und eine neue Band und immer noch meine Band und damit sollte dann quasi auch ein neuer Look kommen, so, weil ich, wie gesagt, ja aufgezogen wurde von Bands, wie die alle einen Look hatten auf ihre Art und Weise und denen es alle darum ging, sich auch Outfit-mäßig in irgendeiner Form auszudrücken. Ja, selbst Run-DMC waren ja schon uniformiert. Wer? Run-DMC waren ja auch schon uniformiert. Ja, natürlich, genau, genau. Du hast es ganz am Anfang gesehen und die hatten halt den Style. Die haben sich halt den Style gemacht und da gibt es auch so ein geiles Ding, wo, ich weiß nicht, habe ich in irgendeiner Doku gesehen, wo es darum geht, es ist ja immer eine Ablösung stattgefunden und wo dann sozusagen, ich weiß nicht, einer von den Furious Five oder irgendwen erzählt, ja, und wir da kommen immer, machen unsere krassen 10.000 Dollar Leder-Outfits und auf einmal kommen die Typen in scheiß Snickern und Jeans und alle wollen so sein wie die und wir so, was? Wir haben 10.000 Dollar für unser Outfit ausgegeben. Egal. Auf jeden Fall, dann kamen diese Anzüge, weil mir wurde das beigebracht und ich wollte das weitertragen und nicht in meinem Wohlfühl-Klamotten da auf der Bühne rumjumpen, wenn ich da so eine Musik spiele. Und das hat gut gepasst mit Anzügen und dann Todde, mein Booker, schon immer mein Booker, aus Buback, auch Oberstyler, der ist ein Mod, meinte, hier, pass mal auf, check mal, kannst du R. von Eden? Ich hatte davon schon gehört und habe ihn geahnt. Er meinte, das ist auch ein cooler Typ. Lasst, ich verbinde euch mal, verlinke euch mal und dann haben wir uns getroffen und dann hat es Boom gemacht und seitdem, ja, sind wir dick und ich habe dem sehr, sehr, sehr viel zu verdanken und also auch, was ich gelernt habe von ihm, unfassbar, also diese ganze Welt, die sich da, für die habe ich mich auch schon ein, zwei Jahre vorher angefangen zu interessieren und dann hat man das Buch Der Gentleman und dann sind die ersten Hochzeiten im Freundeskreis und man holt sich seinen ersten Anzug und so und da ging das so los bei mir, aber eigentlich habe ich alles, was ich dann, weil ich auch sehr interessiert bin an solchen Sachen, habe ich von ihm gelernt. Ich hatte auch die Freude, mich mit ihm auszutauschen, austauschen zu dürfen, als ich mir auch einen Anzug von ihm habe machen lassen, also nicht ganz so krass wie bei dir maßgeschneidert, aber schon so ein bisschen und wir haben ein paar Minuten miteinander verbracht und er hat so unfassbar viele spannende Dinge zu erzählen gehabt. Ich wusste nicht, wie viel man über Kragen, Hemdkragen lernen kann, wie er aussehen kann, wie er aussehen sollte, was das bedeutet, wenn es so lang ist, wenn es so spitz zuläuft, wenn es rund wird etc. pp, für mich hat sich eine ganze neue Welt aufgetan und ich meine, ich bin da auch so hingegangen, wie ich halt aussehe, Hoodie, breitere Hose, SB-Dunks an den Füßen, er ist halt auch so, ah schön, sieht gut aus und so, aber überleg mal, wenn du jetzt den Anzug und du kannst die Hose nämlich noch so in dein Outfit mit integrieren, weil du musst ja nicht, aber mach mal so und ich habe diesen Anzug angezogen und ich trage nicht so häufig Anzug, weil es nicht notwendig ist, aber ich habe da ganz viel Liebe für, vor allen Dingen dann, wenn man in einen Anzug rein schlüpft tatsächlich und nach 30 Sekunden das Gefühl hat, man fühlt sich perfekt angezogen und das hat man aber nur in einem wirklich guten Anzug. Ja, ja, voll, voll. Er sagt immer, sein Ding ist immer, das ist ein Panzer, das ist ein Panzer, das muss ein Panzer sein. Und es ist also nicht ein Rump-pum-pum-pum-pum-panzer, sondern halt wie ein Ritter. Eine Ritterrüstung. Und das stimmt, ist genau das Ding. Gerade für dich, der darin ja auch zu performen hat und dementsprechend ja auch nicht nur fünf Minuten auf einer Bühne steht und sich nicht nur zwei Meter bewegt, sondern da halt wirklich auch viel drin passiert. Gerade da muss natürlich auch die Qualität stimmen und auch das Wohlfühl. Das Wohlfühl, ich habe das leider, ich habe das ja bei mir auch, also es ist ja eh gut, das Mode evolutioniert sich ja sowieso und ich habe dann bei mir, ich war auch viel zu dogmatisch früher und habe dann halt der Bequemlichkeit geschuldet, mich da geöffnet. Ich war dann am Anfang okay, ich komme hier im Anzug auf die Bühne, ich muss Hemd, Krawatte, Lederschuhe, das geht auf gar keinen Fall, darf man Turnschuhe zum Anzug tragen, auf gar keinen Fall, darf ich eine Cap zu einem Anzug tragen, auf gar keinen Fall. Und habe das zwei Alben durchgezogen und sieben Jahre Touren. Dann kam die Beginner-Tour, neue Beginner-Platte und ich war wieder in Turnschuhen auf der Bühne und in bequemen Sachen und in Turnschuhen. Ich habe nach dem ersten Beginner-Auftritt habe ich gesagt, ich trete nie wieder in Anzugsschuhen auf. Und ab da habe ich dann ab dem ersten Jan-I-Lay-Auftritt, der quasi parallel zu den Beginner-Sachen kam, habe ich Turnschuhe getragen. Habe mir dann immer welche besorgt für live, die halt quasi, damals waren es Roshi Runs, einfarbige, ich hatte einen schwarzen Anzug an, schwarze Roshi Runs, super. Sieht man von weitem noch nicht mal, dass das Turnschuhe sind. Und so habe ich das gehalten und genau so oben rum. Ich habe dann die Platte danach auch trotzdem noch wieder Hemd und Krawatte, aber dann, wenn man so, nee, Alter, ich will das jetzt bequemer haben. Und bam. Und ich hatte eh keinen Bock mehr auf Krawatte, auch vom Look her nicht. Und dann habe ich Shirt unterm Sakko. Ey, und das ist so befreiend. Das ist so geil. Und ich werde halt, ich schwöre, ich habe schon zu Band auch gesagt, ich werde nie wieder auf live nie wieder Hemd, Krawatte und Lederschuhe tragen. Ich bin mir sehr sicher, ihr findet da eine gute neue Lösung. Auf jeden Fall haben wir es schon gefunden. Deshalb ist alles gut. Ich werde nur nie wieder zurückkehren, weil es einfach, wenn du das einmal anders gemacht hast, denkst du, ey, bin ich bescheuert? Ist für dich ein großer Unterschied? Also, oder ganz kurz, Entschuldigung, das hängt natürlich auch damit zusammen, was ich auf der Bühne mache und wie ich mich bewege. Und für andere ist das völlig cool, die einfach irgendwo stehen oder chillen oder locker sind. Aber bei mir geht es die ganze Zeit Flummi-mäßig und das hält, das ist einfach scheiße dann. Gute Zwischenfrage, die mir dadurch einfällt gerade. Wie viele Anzüge hast du dann auf so einer Tour mitgenommen? Gar nicht so viele, weil es ist Qualität. Habe ich auch vorhin schon irgendwie darüber gesprochen. Das Ding ist, das fällt dir dann erst auf, wenn du halt, du hast diese Herr von Eden Garderobe, die, also eigentlich ab, ja, nach Mercedes Dance, also ab der Platte danach, ist das immer alles maßgeschneidert. Also auch für die Musiker. Und du bist zwei Jahre unterwegs und die Dinger, und du spielst ungefähr 50, 60 Shows im Jahr. Das heißt, du spielst 100 Shows für eine Platte und die Dinger werden dann, bei 100 Shows werden sie ungefähr, also meine, 100 Mal gereinigt und die von der Band, die schwitzen nicht so viel, vielleicht 60, 70 Mal gereinigt. Manchmal geht es auch gar nicht anders, weil du hast immer so ein Tour-Schedule und du musst gucken, wo ist eine Reinigung. Aber die werden auf jeden Fall, sagen wir mal, 70 Mal gereinigt und 100 Gigs und die Dinger gehen nicht kaputt, größtenteils. Natürlich reißt mal jemand irgendwo hin, eine Arschnarte oder sowas, aber das ist so krass und du musst ganz oft auch Sachen dazukaufen, Hemden oder irgendwas, weil es nicht anders geht oder hier mal ein Anzug von der Stange oder so und die Dinger, die kacken alle ab irgendwann, vor allem die Hemden. Wir hatten eine Zeit lang schwarze Hemder, die Blächen, die kriegen sofort aus und alles ist so, du siehst das sofort nach drei, vier, fünf Reinigungen und die guten Sachen, also Herr von Eben, wenn ich mal Werbung machen darf, Shoutout auf jeden Fall. Das ist so krass, das hält einfach und es sieht geil aus und das ist so toll und das zeigt einfach, dass Qualität der Shit ist. Und ich finde, es hat auch was ganz Besonderes, wie du schon sagst, dieser Dandy-Look, den er damit einpflegt, so diese Kreativität dahinter und dann halt so eine ganze Welt, die sich da auftut. Wie gesagt, ich war auch wahnsinnig beeindruckt und mich in diesem Anzug auch unfassbar wohl gefühlt. Ich habe kurz überlegt, ob ich vielleicht heute auch einen anziehe, aber ich dachte mir, vielleicht kommst du nicht im Anzug, so dann wäre ich ein bisschen übertrieben. Also von daher machen wir dann beim nächsten Mal. Ist es für dich ein großer Unterschied, wenn du dir einen Hut, den du wahrscheinlich, also vielleicht auch im Privaten, aber wahrscheinlich eher auf der Bühne trägst, maßfertigen lässt oder ob du, keine Ahnung, dir die passenden New Era Cap holst oder ob du dir einen handgefertigten Lederschuh besorgst oder halt einen Jordan 4 Retro Military Blue, der dieses Jahr kommt, über den du dich vielleicht freuen wirst. Ist das für dich ein Unterschied in der Sache? Ja, das ist ein Unterschied, weil bei den seriell hergestellten Dingen weiß ich genau, was ich kriege. Ich brauche einen Jordan 4er nicht anprobieren oder irgendwas. Ich drücke bei US 10 auf den Knopf und dann kommt das und dann ist das super. Es ist immer so, da kann ich mich drauf verlassen. Und deshalb habe ich so, deshalb freue ich mich, wenn es sowas gibt und habe umso mehr Angst, wenn es das nicht mehr gibt und ich mir das irgendwie machen lassen muss. Beispiel Hut. Ich habe quasi damals zu Mercedes Dance dann geguckt, okay, ich brauche für meine Fleischmütze, das ist irgendwie nicht geil, ich brauche was obenrum für einen Anzug. Ich will auf jeden Fall, weil das ist mein Style und meine Mucke und Kultur, wo ich herkomme, die Krempe muss hochgehen, alles andere ist peinlich und die coolsten Hüte tragen die Chicanos aus L.A. und Rocky. Und letztendlich, also so der Style und die Leute in Kingston und damit die Jamaikaner in London und das ist genau der Style mit der Hutkrempe hoch. und dann habe ich halt geguckt, wo gibt es die? Natürlich nur in Amerika, aber damals ging das schon mit Ebay und Bestellen und dem ganzen Kram und da habe ich zwei Läden gefunden, die hatten, da habe ich mir dann den, der hieß auch wirklich Lowrider oder Rocky. Da kriegt man, was man versprochen bekommt. Da kriegt man, was man will und dann habe ich sie mir in allen Farben bestellt und dann auch gleich nachbestellt, als ich die schon verschwitzt hatte, aber dann auf einmal gab es sie nicht mehr. Nur noch in schwarz und dann habe ich jetzt, ich habe immer noch meine zwei blauen, meinen einen, also den roten ziehe ich niemals an, aber dann so ein hellgrauen, die sind so die absoluten Schätze, weil ich weiß nicht, ich werde die nie wieder kriegen, es gibt diese Lieder einfach nicht mehr, aber das ist quasi das Original und die sind so perfekt wie in Jordan 4, wo ich einfach weiß, weißt du, die sind so hart und die vergnubbeln auch nicht, die sind so krass und bisher hat es, also Shoutout an meinen Hutmacher De Vries aus Hamburg, aber auch er, er ist der Erste, der überhaupt da rangekommen ist, aber das Material ist dann nicht so so krass robust oder so steif, also der ist viel anfälliger so. Er kriegt es hin von der Silhouette, aber es ist nicht das und das ist das Gemeine, wenn man dann, wenn du gefragt hast, etwas Serielles hat halt, oder was industriell hergestellt ist, hat so eine blöde Sicherheit und etwas, und dafür kann einen das andere viel mehr umhauen und viel mehr begeistern, weil es diese Sicherheit nicht hat und es kann auch viel besser sein und aber eben auch schlechter und das ist so eine Unsicherheit, die geht mit dem mit dem Handgemachten dann leider einher, aber dafür ist es individuell. Was war das noch das letzte Produkt, um das jetzt mal ganz blöd auszudrücken, was dich begeistert hat, wo du gesagt hast, boah, kickgeil, ziemlich richtig umhauen. Meinst du jetzt klamottenmäßig? Ja, zum Beispiel. Also kann natürlich auch Richtung Autos gehen oder Häuser. Nee, dieser Pulli. Also wenn es um Klamotten geht, dieser Pulli, weil ich habe, ich mag Hoodies und es gibt nicht viele gute Woll-Hoodies und ich war in L.A. und bin da in der Melrose Avenue, ich war noch nie in L.A. und war das erste Mal da und musste natürlich Melrose Avenue, weil ich wusste auch, dass da dieser Strip ist mit den Sneakerläden, wo quasi die Preise der Welt bestimmt werden, so, das ist so die Wall Street und fand es auch sehr geil, das Game da mit, wo, ich habe noch nie einen Sneakerladen gesehen, wo gebrauchte Sneaker verkauft wurden und quasi aber genauso, so, weißt du, so, so, naja, fast noch wertiger rüberkommen als irgendwelche neuen Drops und da war ich auch in so einem Laden und ich, oh shit, nee, es war nicht, es war nicht Melrose Avenue, es war Abbott Kinney in Venice und da war so eine Boutique und auf einmal sehe ich da diesen Pulli und den fand ich voll geil und das ist so eine Boutique, die machen das selber und verkaufen das da und das gibt es auch nirgendwo anders und sowas finde ich geil. Wenn man dann sowas findet, das fast findet man super und irgendwie, man mag das voll gerne und das gibt es nirgendwo anders und man hat das zufällig selbst entdeckt, das ist immer das Schönste. Das stimmt, das ist wirklich immer ein schöner Moment, vor allen Dingen, weil man auch so eine Art Urlaubsmitbringsel hat und eine Erinnerung an eine Zeit. Genau. Also es kommt ja auch noch dazu. Genau und Marke und all so ein Scheiß ist komplett egal und irrelevant. Ich würde dir gerne ein paar Fotos zeigen, die ich zusammengesucht habe von deinem Instagram, denn netterweise hast du anscheinend nie was gelöscht. Ich bin bis 2014, glaube ich, sogar noch weiter zurückscrollen können. Ja, es ist ein Post, glaube ich, so eine Fierer Jordans, die Cavs Fierer Jordans, wo ich zum Splash war. Fakt. Kommen wir eigentlich auch noch zu. Ich würde dir das gerne einmal in die Hand geben. Ich habe sie mir aber nur geholt, weil sie New York Knicks Farben sind eigentlich. Also für mich ist es New York Knicks. Ich gebe dir das einmal in die Hand. Ja. Erzähl mir doch mal kurz ein bisschen was zu diesem Outfit. Also Herr von Eden, wir haben quasi, als es darum ging, ich kriege schon wieder eine Krise bei den Dellen im Hut. Das ist genau das, was ich meine. Weißt du? Also das Material ist dir da nicht stark genug? Das ist De Vries, Props an De Vries ist der Beste, aber das Ding ist halt hundertmal aufgetreten und dann noch nach L.A. geflogen in Las Vegas. Dann kommt nun mal so eine Dellen und weil das Material eben so ein bisschen weicher ist als der Filz, den meine geliebten Original-Rocky-Hüter haben, da würde das nicht passieren. Und da passiert es dann, wenn es feucht wird oder was auch immer. Egal. Das Outfit ist Herr von Eden. Wir haben für die letzte reguläre, richtige Platte, die dann leider in die scheiß Pandemie geflogen ist, Earthman und Feiern, von mir mussten wir ein neues, weil wir immer zu jeder Platte haben wir ein neues Outfit kreiert quasi. Und Hammer und Michael, die Rockplatte war halt so gefährlich und Rock und Leo und Leder und schwarze Anzüge und schnittig und so. und die neue Platte war halt total frei und positiv und passend zum Thema. Neuer Sound und so. Und nicht mehr, keine Regeln mehr, keine Konventionen, das muss jetzt so und so eine Platte mit dem und es war alles erlaubt und dann, da kam eben auch diese Erfahrung mit den Turnschuhen und mit dem Shirt drunter und so und ey, lass doch, scheiß mal auf Krawatten, wir hatten überhaupt keinen, ich hatte keinen Bock mehr auf Krawatten und dann haben wir so ein Ding entwickelt aus so, aus so Vorlieben oder Sachen, die wir uns gezeigt haben. Miami Vice war ein Ding, weil eben Shirt über dem Sakko, das war noch, das war noch ehrlicherweise bevor die ganzen Sportstudio-Moderatoren mit ihren Shirts und dem Sakko kamen und den Turnschuhen dazu. Und das andere Ding war immer noch das glamouröse und so Wall Street. Band kam mit den Hosenträgern und meinte, hier Wall Street, das ist auch geil und dann haben wir... Ich finde auch mit diesem Bund an deiner Hose, weil das ist ja kein Kummerbund. Genau, da kommen wir gleich zu, da kommen wir gleich zu. Okay, weil das will ich nicht mehr ausprobieren. Herr von Eden. So, und da haben wir einen Stil kreiert, der hieß, den haben wir, hat er Miami Dandy genannt, weil wir das quasi, beides haben versucht zu fusionieren. Miami Vice und so einen generellen Dandy, New York, sonst was Look mit dem, die Abgesetzten kriegen, das liebe ich auch und er auch und die hier. So, und so haben wir die Band, hat er dann die Band eingekleidet und hat die Hosen selbst, also das sind alles Einzeinfertigungen, dann die Hemden dazu und dann diese geile Silhouette und ich fand, die Disco Nummer 1 sah noch nie so geil aus wie diese Garderobe und deshalb habe ich zu ihm dann gesagt, ey, wenn das Best of kommt, wir müssen da irgendwie dabei, wir können jetzt nicht was ganz anderes oder von wegen Best of 25 Jahre alle im Smoking und das haben wir eh schon alles hundertmal gemacht und wir müssen das weiter evolutionieren und dann hat er meinte, ja okay, wohin fährst du Las Vegas, okay, alles klar, bam und das Geile ist, was viele Leute vielleicht noch nicht wissen, er hat den krassesten Move im letzten Jahr gemacht, seinen Hersteller in, ich will nichts Falsches sagen, Bulgarien oder Rumänien, seine Fabrik hat dicht gemacht und er meint, er kam da hin, ja hier, das sind neue Sachen, ja Band, wir machen zu, das gibt es nicht mehr und dann, was soll ich denn machen, Leute, ich will eine neue Kollektion, ja, sorry und dann hat er einen Geistesblitz gehabt und hat einfach diese ganze, meinte, was ist mit den Maschinen, ja, keine Ahnung, niemand will die haben und hat die ganzen Maschinen alles gekauft, den ganzen Ende dieser alten Fabrik, das alles nach Hamburg schippen lassen, hat da in seinem, in einem alten Hamburger Industriebau mit so einem riesigen Lastenfahrstuhl, wo unten sein, seit er das macht, da sein Stofflieferant ist unten in dem Haus, der hat ihm oben die Etage gegeben, die ganze, hat er jetzt die Herr von Eden Fabrik gegründet, hat den Schneider da geholt und alle, die diese alten Maschinen bedienen können und fängt da jetzt an, Made in Hamburg zu machen und deshalb kann er und das ist jetzt das Next Level, er hat quasi, er ist, er kann dieses Miami-Dandy-Ding, will er jetzt noch weiter ballern und indem er sozusagen an die bunten Hosen, die wir schon in der letzten Saison hatten, eben diese geilen, abgesetzten, Velour-mäßigen, die wie Wildleder rüberkommen, aber natürlich vegan sind, abgesetzten Stoffe zu machen und auch bei den Sakkos hinten ist dir vielleicht aufgefallen, das gibt es jetzt schon seit ein paar Generationen bei ihm, dass da hinten so geile abgesetzte Samtsstoffe oder so dran sind. Bei mir in so einem wunderschönen Bordeaux. Und das ist eben der Style und was er so krass gemacht hat, ist mit diesem Outfit, er hat das halt so, das Miami-Dandy-Ding, was wir hatten, nochmal so auf Las Vegas zeitlos, also ich schwöre dir, ich war ja jetzt da das erste Mal, das ist so krass, ich laufe da mit diesem Outfit rum die ganze Zeit, in Venice oder so, wir haben in einem scheiß Wohnfädel gedreht, es ist kein Witz, es war wie in einem schlechten Film, ich mache das immer mit meinem Kumpel Flo zusammen, der diese großartigen Videos dreht und nur wir beide waren unterwegs und er filmt, nur mit dem Handy haben wir das ganze Video gefilmt und jedes, ich schwöre dir, es ist nicht mal übertrieben, jedes Auto, was da längst gekommen ist in dem Wohngebiet, hat angehalten und hat rausgerufen, was das für ein geiles Outfit ist. Geil. Drei verschiedene Afroamerikaner, zwei, was weiß ich, Mexikaner oder so, drei Frauen, jeder ist es unglaublich gewesen, weil die Amis, weil er genau gecheckt hat, er hat auch die weißen Socken, das ist einfach alles, wenn du dann da bist, checkst du, ich immer so, weiße Socken, weiße Socken, Michael Jackson und so, aber ich komme nach Las Vegas und dann denke ich, alles klar, er war schon hier, er weiß das, die 80-Jährigen tragen die weißen Socken zum Smoking, die 35-Jährigen und die 15-Jährigen, alle tragen die weißen Socken, es ist einfach der Style und deshalb tragen, also ich meine, hier, deine Haschpuppies, die du anhast oder die weißen Socken dazu, das ist einfach so und das weiß er alles und das baut er da ein und er hat es einfach so geil geschafft, mir so ein zeitloses Las Vegas Outfit zu bauen, das ist einfach krass, dazu gehört noch so ein geiles Sacko, das ich den dann nicht getragen habe für das Video, weil es einfach zu, das ist dann komisch, wenn man draußen die ganze Zeit rumläuft, das ist zu elegant, deshalb habe ich das so gemacht, aber das ist das Outfit und die Brille ist tatsächlich meine, ich bringe genauso wie diese hier und noch ein paar andere, ich bringe so eine Brillenkollektion raus, die kommt im April. Mit wem? Mit Mr. Spex. Ah ja. Und die heißen Delay Shades und das sind vier geile Modelle, die wir zusammen entwickelt haben und in jeweils nochmal drei Farben oder so. Im Stile von, inspiriert von? Also jeweils, die haben dann, die tragen den Namen ihrer Inspiration, die hier heißt Andy, das ist die quasi von, also so ein bisschen auch die, der Klassiker wäre die, ich weiß nicht, wie heißen die? Elvira, glaube ich, von Ray-Ban. Das ist so, hast du quasi, die hat er immer getragen, mit diesem Blechstiel. Dann diese hier heißt Rick, aber jetzt Rick Ross mäßig, weil diese, das ist ja jetzt so Porsche Carrera mäßig, aber so wollte ich die nicht nennen und dann habe ich sie Rick genannt. Dann habe ich noch eine Brille, die wollte ich Hafti nennen, aber ich habe ihn nicht erreicht und dann wollte ich sie nicht einfach so nennen und dann habe ich sie Ruben genannt wegen Ruben Tischkopf von Ocean's Eleven, Ocean's Twelve und Ocean's Thirteen. Das ist der alte, das ist diese geile Gucci-Brille. Ich weiß genau, wie du meinst, ja. Und dann habe ich noch eine gemacht, die heißt, die ist eigentlich, hätte ich sie auch eisig nennen können, die ist so ein bisschen wie diese klassische Ray-Ban, aber nicht so tropfig, wie diese Aviator, sondern ein bisschen schmaler und die heißt Abby, wegen Abby Tust, wenn du dir was sagst, der damals Peter Graf erpresst hat, so ein Lude und aus der Schattenwelt. Ich bin gespannt. Aber auch Style aus den 80ern, ja. Es wird schon wieder ein Foto weiter. Das ist ein ziemlicher Bruch. Oh ja. Was mich da interessieren würde. Das sind die 97er. Das war das erste, das war der erste, nee, der erste Colorway 97er war schwarz mit lila und weiß. Das war der zweite, glaube ich. in dem es in Deutschland gab. Das ist ein Big Window. Also es ist ein BW. Ich weiß nicht, wie er heißt. Ja, genau, aber die nenne ich 97er. Ach nee, 97er sind die Medien Air Max. Fuck, das ist ein BW. Classics. Hießen die nicht auch so? Genau, Classics. BW Classics. So heißen die. Für viele die ganze Zeit von 97er. Ich habe nie 97er getragen. Das waren, die kamen ja auch in der Zeit, 97er. Und das waren die Medien Air Max. All diese Leute, die ich so blöd fand, die dann auch immer in Plattentaschen getragen haben, die haben Medien Air Max gehabt, die 97er in Silber und Gold. Und deshalb waren die bei uns total verpönt. Und irgendwann kam meine Mutter damit um die Ecke. Und ich so, das sind die Medien Air Max. Die hatten überhaupt gar keine Ahnung was. Aber bei ihnen, die standen irgendwie, deshalb war das okay. Ja, der Big Window ist ja gerade so aus den Niederlanden halt so der Schuh, den du bei Gabba, so Chabba, trägst. Gabba Techno. Aber für viele war es halt auch sehr Hip-Hop-lastig. Für viele ja auch so im Graffiti-Bereich angesiedelt. Und deswegen, das hat mich da einfach interessiert, wie du auf den Schuh gekommen bist. Weil ich damals, ich glaube, tatsächlich, das war mein erster Air Max. Also nicht der, sondern ein Classics. Und zwar der, und zwar der, den ich gerade meinte mit Schwarz, Lila und Weiß. Dem habe ich, nee, noch ein, es gab einen richtig krassen Classics aus Hartleder. Den gab es aber nur in London. Der war richtig, richtig cool. Der war fast so fett dadurch wie ein 90er. Aber ich hatte halt nie ein 90er, weil die genau, als die rauskamen und Matt hatte 90er, äh, ja, Matt hatte 90er in London sich geholt und ich war zu der Zeit nicht in London und dann gab es die erst mal ganz lange nicht. Das war halt so in den 90ern. Wenn sie weg waren, dann waren sie weg und es wurden auch nicht neu aufgelegt und ich hatte keine. Ich hatte erst Fira Jordans, Einer Jordans, dann Fira Jordans und dann hatte ich quasi mein erster Air Max war dann dieser abgekaufte Hartleder und der erste selbst gekaufte war dieser Soft, der erste, den es in Deutschland gab, dieser Soft, irgendein Plastikstoff, irgendwas, nicht Leder und mit Lila und Weiß und Schwarz. Und deshalb waren das quasi meine Einstiege ins Air Max-Geschäft und deshalb habe ich mir danach, natürlich, da ging es ja dann auch los, dass ich dann Geld verdient habe und dann habe ich mir natürlich jeden Colorway geholt, den es gab oder den ich in die Flossen gekriegt habe. Ich weiß noch nicht mal, ob ich den in Deutschland oder in Amsterdam gekauft habe. Ich würde fast mutmaßen in Amsterdam. Kann gut sein, ja. So braunes, glattes Leder. Ich habe die auch alle noch. Ich habe so Kisten, wo ich die getragenen drin habe auf so einem Dachboden und dann haben sie, das ist aber von einer Wohnung ein Dachboden, wo ich nicht mehr wohne und dann war ich dann irgendwann da und dann hatten sie da eingebrochen in den Dachbodenraum und haben dann, das waren so Profis, die haben dann, meine die Kisten, das sind so Umzugskartons, die sind so gestapelt, die haben aber nichts davon mitgenommen, weil was wollen die mit getragenen Schuhen, aber die haben so profimäßig nicht die Kisten runtergenommen und geguckt, sondern immer unten so mit einem SkyPay so einen Schnitt reingemacht und dann geguckt. Dann wieder chip, chip. Ah, schon wieder alte Schuhe. Oh, normal. Ja, genau. Falscher Einbruch, Mist. Machen wir ein Foto weiter, da ist natürlich das Thema Air Max auch eins. Wir springen wieder in fast die Gegenwart. Ja, das ist die Einser. Das ist immer noch die, quasi seit, seit die Hosen wieder enger wurden. Also ich sag mal, 2007 habe ich aufgehört, langsam. Also es hat schon länger gedauert bei mir. Genau die Zeit, wo das losging mit den Cool Kids, den Röhrenjeans und den Holzfällerhemden. 2007, 2008 habe ich aufgehört und alle Baggies weggeschmissen. Und ab da habe ich dann enge Hosen getragen und da hat das mit den 90ern nicht mehr so gepasst. Die 90er waren cool für die Baggies, weil die so klobig sind und ich habe auch Air Force Ones getragen und habe die auch immer von Friends of Nike bekommen und so und die waren ja der Shit und die haben noch viel besser zu den Baggies gepasst, aber ich fand das immer, sie sahen bei mir immer aus wie Clownschuhe, weil die immer so groß ausfallen und wie meine Füße sind und so, das hat denen nicht, fand ich, machte keinen schlanken Fuß. Und deshalb habe ich Air Force Ones nie dann wirklich getragen. Ich hatte so viele, ich habe die irgendwann alle verkauft und deshalb waren diese 90er für mich so ein Baggy-Pan-Ding und als die Hosen enger wurden, bin ich voll auf Einser. Ich habe natürlich immer noch, wenn ich einen 90er, den ich einfach schön fand, habe ich mir den trotzdem gekauft, aber getragen habe ich die selten. Okay, machen wir einen weiter. Oh ja. Ganz viel Freude über Fußball. Ja, ganz viel Freude, das war der Aufstieg. Natürlich passenderweise in grünen Leitenden. Mit einem viel zu kleinen Trikot, was sie mir gegeben haben in der Kabine. Ich war nämlich zum Feiern in der Kabine und dann war die Mannschaft sauer. Ich hatte mein Glückstrikot von Özil um. Und ich weiß nicht, ob es der politischen Sachen oder seines Abgangs, der Art und Weise seines Abgangs da war, ist der da kein gern gesehener Name entscheidend mehr. Und wir haben da so gefeiert und ich habe den Song gesungen und dann kam so ein, hast du jetzt immer ein vernünftiges Kiko an? Ich so, okay, Alter. Und dann habe ich das von Toprak, aber das war mir halt zu klein. Das sieht man ja auch ein bisschen. Aber am Ende musste ich trotzdem natürlich noch auf dem Rasen ein Foto machen. Natürlich, wenn man schon mal in Werder ist. Und ich hatte halt ein komplettes Werder-Outfit an, was man hier nicht sieht. Es ist eine super, super rare Cap aus der Starter-Zeit, von der ich vorhin sprach, aus den 90ern. Gab es, weil wie gesagt, Starter war ja in Bremerhaven von diesem Sportbetrieb und die haben eine Werder-Bremen-Cap gemacht. Und mein Homie Falk, Shoutout von Ihr Hip-Hop-Falk, Falk Schach, Hip-Hop-Falk, lieben wir. Er hat mir die geschenkt. Der hat die irgendwann mal bei Ebay gefunden oder so, noch mit Patch dran, so original. Die ist mir auch eigentlich viel zu klein, aber weil es eine Snapback ist, geht es halt. Das ist eine Original-Werder-Cap von, ich würde mal sagen, 98, 99. Genau, und dann hatte ich mein Özil-Trikot an und ich habe meine grün-weißen Werder-Dunks an, die natürlich keine Werder-Dunks sind, aber für mich. Ich wollte gerade sagen, Werder Bremen hat ja jetzt einen neuen Turnschuh zusammen mit Hummel, vertrieben von den Freunden von Glückstreter-Shop in Bremen. Ist das was, was dich dann interessiert, dass es einen Sneaker deines Vereins gibt sozusagen? Nee, gar nicht. Ist nicht so deins? Nee, da hört es bei mir auf. Also, es ist wirklich so, auch wenn Fat Joe irgendwie sagt, ey, was pisst ihr mich an? Ich bin Sneaker-Collector, ich will diesen Trump-Schuh haben. Trump ist ein Arschloch, aber ich will den Schuh und ich habe dafür nichts bezahlt. Da bin ich nicht so, ich finde den Schuh hässlich. Trump-Schuh würde ich nicht mal haben wollen, wenn der schön wäre, aber es ist wirklich so, dass ich nicht so ein wahnsinniger Sneaker-Collector bin, dass ich alles haben muss, nur weil es von dem und dem ist oder weil es davon nur so wenig gibt. Das interessiert mich nicht. Ich will, wenn ich einen Schuh haben will, dann will ich den auch tragen wollen. Weißt du? Es gibt natürlich, kennt jeder, man will das tragen und dann hat man ihn, zieht ihn an und merkt, das ist scheiße. Aber das ist ein Anrufkante. Das haben wir alle schon erlebt, genau. Machen wir einen weiter. Das sind Schuh, die du selbst designt hast. Spannenderweise natürlich. Adidas und Nike zusammengebracht. Das, was viele schon mal versucht haben, schaut er an der Stelle an Till Jagler. In unserem Interview hat er erzählt, dass mal sein großer Plan war, als er bei Adidas gearbeitet hat, die Brands zu vereinen. Ja. Und zwar zum Tag der, was ist es dann? Tag der Liebe, Tag der Freundschaft, irgendwie sowas. Du hast es dann im Rahmen eines Kunst-Charity-Projektes gemacht. Genau, die wollten einfach, die hatten 50 Adidas-Schuhe und haben mich gefragt, ob ich mitmache. Und ich so, hey, die Adidas-Schuhe kann ich doch nicht machen. Und dann, ah, warte mal, doch, stopp, stimmt. Vielleicht hat Dallas das sogar selber vorgeschlagen. Meinte, da machst du halt Zubstauf. Ich so, ja, geil. Weiß ich nicht mehr. Aber das war mein Design. Weißt du noch, wie viel der weggegangen ist in der Auktion? Keine Ahnung. Jemand wird sich auf jeden Fall drüber gefreut haben. Ja, auf jeden Fall. Bin ich mir sicher. Einer der, einer der schönsten, ich wollte es gerade sagen. Einer, also sorry, wenn ich dir ins Wort falle. Nee, ich glaube, wir wollen dasselbe sagen. Also, es ist, ich würde sogar sagen, es ist der schönste Einser, den es jemals gab. Ich finde, an diesem Einser ist alles perfekt. Atmos Elephant. Atmos Elephant, genau. Und zwar ist alles, deshalb perfekt, weil es gibt so viele Arten und Weisen, wie ein Einser ausfällt aufgrund der Materialien, aus denen er ist. Und es gibt auch gewisse, keine Ahnung, trotzdem noch gewisse Shapes, die einfach anders sind. Also diese ganzen, ähm, äh, sag schnell, äh, 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 die Waves haben, die sind viel schmaler. Oder, weißt du, irgendwelche Wildledereinser sind viel schmaler und steifer oder, äh, irgendwelche, äh, ähm, mit, mit Mesh sind, passen sich mit meinem Fuß viel geiler an und haben viel mehr so eine geile Hip-Hop-Silhouette, weil sie einfach dehnbarer sind oder so. Und bei diesem Schuh ist es halt einfach so, die Materialien sind so schön und so perfekt und trotzdem da kein Mesh drin ist, sondern die alle eher fest sind, ist die Silhouette so perfekt und die Farben und alles ist da drin, was geiler Style ist und da ist so viel, ah, es ist so, das ist der Inbegriff der 90er, was du da siehst, aber gleichzeitig so zeitlos und das macht es so genial und das macht es zu dem besten Einzeldennesieger. Gutes Statement. Danke. Wenn wir uns ein weiteres Bild anschauen. Geile ist, ich hab die damals im, gab's die im Doppelpack. Ja, mit dem Jordan. Mit dem Jordan und das ist der hässlichste Dreier, den ist Jäger. Der ist so schlimm. Das ist nämlich genau das Gegenteil. Alle Materialien, die Silhouette ist scheiße und nicht so, wie Dreier eigentlich gehören durch das Wildleder und das ist so aufgeblasen und wirkt wie ein Clownschuh. Die Farben sind nicht cool. Es ist alles, was hier perfekt ist, ist bei dem, das ist genau das Gegenteil. So krass. Ja, wegen des 50-50 aus dem Deck. Ich hab den auch noch nie getragen, wenn ich auch nie. Okay. Wenn es bei dem Bild spannend findet, da trägst du halt den Military 4, von dem du erzählt hast. Erster Jordan, natürlich nicht in der Version. Was ich aber spannend finde tatsächlich, ist, dass Udo Lindenberg On Running am Fuß hat und das Foto ist ja nun mal wirklich auch schon ein paar Jährchen alt. Ja, das ist, ich finde On Running ganz schlimm. Okay, warum? Weil ich finde das für mich so eine, also ich finde die unästhetisch. Okay. Komplett unästhetisch und ich finde Leute, die das tragen, sind auch keine Leute, die irgendwie was mit dem Sneaker Game zu tun haben oder zu tun haben wollen und denen das auch egal ist, was sie am Fuß haben, finde ich. Findest du das bei Udos Outfit, das gut zusammenpasst? Das sieht super aus. Ich finde das spannend mit den Grünsocken auch. Ja, genau. Aber der Rest seines Outfits sagt mir ja auch, dass ich mit jemandem zu tun habe, dem das Sneaker Game egal ist. Da gebe ich dir durchaus recht. Ich würde Udo Lindenberg jetzt nicht zwangsläufig als Sneakerhead bezeichnen. Nee, genau. Ich meine auch obenrum, das sieht man ja am, weißt du so, am Outfit. Das meine ich einfach und das passt voll super und ist cool, aber ich werde niemals diese Schuhe tragen. Ich habe auch gesehen, mein Vater hat sich auch solche geholt und da denke ich, was ist denn los? Wir sind auf jeden Fall sehr bequem. Ist mir egal. Okay, machen wir mal einen weiter. Das ist ein schlechter Screenshot aus einem Reel, das du gepostet hast, aber spannend dahinter finde ich, dass du dort eine Vitrine oder mehrere zumindest mit ganz vielen Tonschonen hast. Ist es das, worüber du gesprochen hast, dass du gefühlt alles behalten hast und dann dort auch Summit ausstellst? Nein, ich habe die Dinger hat mein Papa mal gebaut, weil ich genau sowas gebraucht habe. Das war in einer anderen Wohnung, da waren die quasi in einem ganz lang gezogenen Flur auf so einer, so hoch dann. Hier sind die dann gestapelt, die Elemente. Und einfach ein geiler Glas Schuhschrank und da sind die Schuhe drin, die ich trage zur Zeit und dann da drüber, das sieht man jetzt hier nicht, sind dann wie bei dir diese ganzen Kartons, aber ich habe bei den Kartons das so gemacht, dass ich Fotos dran gemacht habe, weil ich sonst durchdrehe. Polaroid war mir zu teuer. Ich bin so geil, ich habe gedacht, wollt ihr mich verarschen, Alter, das zahle ich für jedes Ding irgendwie vier Euro und ich habe einfach ganz normal mit einem iPhone Fotos gemacht, bin zu Budnikowski gegangen und habe die ausgedrückt. Man muss nur wissen, wie. Im nächsten Foto sehen wir deine Liebe auf jeden Fall auch verewigt. Oh ja. Der Jumpman. in den Oberarm. Genau. Wann hast du den machen lassen? Weiß nicht. Ich war mir nämlich nicht sicher, ob es ein altes Foto ist, was du gepostet hast oder ob es zu dem Zeitpunkt auch tatsächlich stattgefunden hat. Ich glaube, das hat, ich weiß, es hat wahrscheinlich da stattgefunden, aber ich weiß nicht, ich habe auf der anderen Seite Public Enemy, ich weiß nicht, was zuerst war, aber ich glaube, Public Enemy war zuerst, dann ist das von, weiß ich nicht, 17 vielleicht? Schnapsidee oder wirklich so auf ernst? Auf ernst. Ja? Ich habe, ja, auf jeden Fall, ich habe kein Tattoo, was irgendwie eine Schnapsidee ist. Dann gibt es ja so manchmal, dass man sagt, heute hat er ja Bock auf irgendwas und dann passieren Dinge plötzlich. Ich spreche da aus Erfahrung. Okay, nee, Tattoo-mäßig immer nur, ich mache mir da wirklich einen Kopf vorher. Ich habe quasi so eine kleine Warteliste, wann immer mir was einfällt und dann ist das so da und wenn ich dann bei Dennis im Braunschweig einen Termin kriege, dann, weil ich da irgendwo spiele, dann sage ich, okay, hier, als nächstes lass mal das machen oder lass mal das machen. Was wird das Nächste? Auf jeden Fall so eine, das haben wir letztes Mal, war das noch nicht, sah das noch nicht geil aus, irgendwie mein Haus, wo ich herkomme, mit so einem Transparent dran. Ich wäre auf jeden Fall so ein, diese, also in Hamburg, der Hafen, ist die ganze Silhouette voll mit so Container-Creme. Die haben so eine ganz bestimmte Silhouette, so einen auch. und noch irgendwas hatte ich neulich, was mir nicht ein, jetzt nicht mehr einfällt. Wohin willst du das machen lassen? Ich glaube, hier, da habe ich noch nichts auf die beiden Oberschimpeln, links und rechts. Guter Platz auf jeden Fall. Genau, und sowas will halt bedacht sein, da mache ich nicht irgend, weißt du? Ja, ja, das habe ich früher auch gesagt. Auf dem nächsten Foto, it's a family thing. Ja. Ich fand die Caption sehr schön, du hast nämlich geschrieben, hat sie sich selbst ausgesucht. Ja. Hat sie die kleinen Air Max angezogen, sowas? Die hatte auch die Auswahl und hat sich für die entschieden, aber es gab nicht viel Auswahl und ich habe mich riesig gefreut. Da geht das Vaterherz auf. volles Brett. Und ich musste auch quasi mit ihr nach Hamburg. In Berlin habe ich damals keine Air Max gesehen oder so in der Größe. Okay. Und auf dem letzten Foto sehen wir sozusagen dein erstes Foto, dein erster Instagram-Post, da hast du geschrieben, auf dem Weg zum Splash. Hast du die auf der Bühne getragen, weißt du das noch? Ja, klar. Ich hatte quasi mein Outfit schon an. Auf der Splash-Bühne ist man ja quasi privat. In seinem eigenen Wohnzimmer sozusagen. Ja, genau. Ich meine nur, da ist nichts mit Anzug und so. Gibt es irgendwas, und ich meine, da draußen passiert ja mittlerweile extrem viel, es gibt ja unfassbar viele Releases, 600 Stück plus im Jahr, man kommt gar nicht hinterher. Gibt es irgendwas, wo du draufblickst und sagst, oh, den hätte ich noch ganz gerne, beziehungsweise da hätte ich Bock drauf? Ja, auf jeden Fall. Ich bin aber sehr schlecht in so Namen, in diesen Modellnamen kann ich das, also es gibt, ich finde tatsächlich, also ich konnte nie was mit den ganzen Off-White-Sachen anfangen, aber es gibt diesen einen beigen Vierer, ich meine, das ist ein Off-White auch, der ist auch nicht so spackig und nicht so, der ist irgendwie geil, das stimmt alles, den finde ich richtig toll, den habe ich mal in einem Schöne-Neue-Welt, da war ich in München in so einem Luxus-Kaufhaus, in so einem Ballhuber oder wie das dann heißt, so ein Trachtending, lodenfrei, lodenfrei, glaube ich, egal, und dann haben die da auf einmal so ein, wie diese Luxus-Kaufhäuser haben doch jetzt immer so kleine Marken-Stores in ihren Dingern drin und dann hatten die da auf einmal ein Soul, sag schnell, Soulbox, Filiale da drin und da stand der und ich fand ihn geil, aber der sollte irgendwie, was weiß ich, vollkommen geisteskranker Preis, da habe ich gesagt, nee, ich bin nicht bescheuert. Der ist recht teuer auf jeden Fall. Aber den finde ich schon geil und dann diesen anderen Vierer, der auch beige, aber mit diesen Pastellfarben noch drin ist, der hat auch ein bisschen einen anderen Shape, ein bisschen kompakter, du weißt doch bestimmt, wie der heißt. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt keinen besonderen Namen hat, ehrlicherweise. Aber du weißt, welch ich nicht meine. Den hatte ich zum Beispiel in Marokko, gab es den, weil ich letztes Frühjahr, da gab es den in jeder, da in Marrakesch, da in den ganzen kleinen Bohnen, wo du jedes Modell, was gerade angesagt ist, für 30 Euro kaufen kannst. Da hatte ich den auch in der Hand und dachte, oh nee, das sind ja alles Fakes. Und die sind aber, das sind gute Fakes. Aber dann dachte ich mir, nee, komm, scheiß nicht, das ist doch blöd. Wenn es ein Kleidungsstück gäbe, mit dem du bis ans Ende der Zeit auskommen müsstest, ich meine jetzt nicht im Sinne von, ich brauche eine Hose, weil sonst sehe ich irgendwie nackt aus, sondern eher im Sinne von, da hängt mein Herz dran, an dem Schuh, an der Cap, an dem Anzug. Gibt es da so ein ganz spezielles Piece? Also du meinst nicht funktional, ne? Weil sonst würde ich natürlich irgendwie sagen, ein Overroll oder so. Das wäre definitiv funktional. Aber ich war eher so. Du meinst aus meiner eigenen, von meinen eigenen Sachen, die ich jemals getan habe. Ja, es gibt ja auch so Dinge, an die man sich dann zurück erinnert. Na ja, den Schuh oder den Anzug, den man zur Hochzeit getragen hat oder zur Geburt der Tochter oder das erste Mal auf einer großen Bühne oder auf einer besonders kleinen. Genau, aber wenn man damit einmal anfängt, da gibt es tausende Sachen. Das meine ich halt genau. Da kannst du nicht eine Sache so sagen. Nee, das musst du anders machen. Da musst du irgendwie, was ist die beste Schuh aller Zeiten, was ist die beste Jacke, was ist die beste Schuh. Ja, dann bitte, was ist der beste Schuh aller Zeiten? Naja, vor zehn Jahren oder noch vor fünf Jahren hätte ich wahrscheinlich gesagt Vierer. Und mir geht das auf den Sack, dass die so schwer sind. So klobig. Jetzt überleg mal, du musst da drin Basketball spielen. Ja, genau. Cool, was Michael Jordan in so einem Schuh gemacht hat. Ich habe ein paar Mal, bin ich mit denen auch bei den Beginnern aufgetreten und dachte so, ey, ich bin doch nicht bescheuert, Alter. Was ist das für eine Scheiße? Das ist tough, ja. Das nervt einfach. Und deshalb sage ich nicht mehr Vierer, sondern sage ich ein Einser. Und wenn es dann, um welchen geht dann wirklich den Atmo? Jacke auf jeden Fall, eine geile, richtig, also eine B-Boy-mäßige Downjacke mit Kapuze, am besten noch so, aus so Fake-Leder oder so, so richtig Goose-mäßig. Das ist eigentlich ein ziemlich perfektes Outfit, was man da so zusammenstellen kann. Recht zeitlos auch, will ich meinen. Ja, genau. Ein Shirt auf jeden Fall, ein Shirt, irgendein geiles Band-Shirt, irgendeins, was es schon lange nicht mehr gibt am besten, von der Original-Tour aus 92 oder 93. Zwischenfrage, hast du das Band-Merch mal behalten? Bist du jemand, der seine eigenen Sachen... Ja, auf jeden Fall. Also genau so wie mit den Schuhen und so mache ich das auch. Ich habe quasi so gut wie jeden Drop, den es jemals von mir oder uns gab, habe ich ein Exemplar. Und dann zur Seite die Leo selbst getragen. Ey, wir haben mal sogar mit Eimsbush, bevor es pleite ging, haben wir eine ganze Kollektion gemacht, so richtig krasse über die Klepto-Kanäle in China. Also das waren noch die Baggy-Pants halt. Ich habe einen kompletten Eimsbush-Denim-Outfit, Jacke, Hose und echt, das ist cool. Es ist einfach nur leider... Jetzt wäre das gerade so die letzten zwei Jahre voll der Shit gewesen, wenn ich 19 wäre. So ist mir das so peinlich, das anzuziehen, aber das ist wirklich echt gut. Das kann man nur nicht tragen, weil es einfach viel zu so ein bescheuerter Nuller-Jahre-Schnitt ist. Mir fällt gerade tatsächlich ein, dass ich mal in meiner Jugend unbedingt diesen Mongo-Klicke-Pullover haben wollte. Der war ja selbst gemacht. Aus dem K2-Video. Und das wusste ich zu dem Zeitpunkt ja nicht, dass die Dinger ja nie produziert wurden. Und dann habe ich einen über Ebay bestellt und abseits davon, dass das Ding natürlich nie echt gewesen wäre, habe ich den auch nicht in Large bekommen, sondern in, ich weiß gar nicht mehr, SS, ganz, ganz klein, super small. Und ich habe mich so geärgert, weil mein ganzes Taschengeld dafür draufgegangen ist. Aber das an der Stelle führte mir gerade ein, die Mongo-Klicke-Pullover. Ja, war dann auch schon oder halt eben auch deinem Manns legendärer Eco-Pullover, den man ja unbedingt haben wollte, weil man ihn im Video gesehen hat. Ja. Das sind so die Dinge. Ja, genau. Ich habe, die haben lange versucht, dagegen anzugehen und haben irgendwann aufgegeben. Also, weil das ist so, das ist so mühlen. Das ist so, also, weißt du, das ist einfach, du hast keine Chance. Dann hast du den einen irgendwie am Schlawittchen, der zahlt dir deine Schadensersatzforderung sowieso nicht und für die anderen ist es keine Abschreckung oder sogar derselbe macht dann hier wieder das nächste Ding auf und dann da und dann da und dann da und dann da. Das ist einfach, das ist dann so. Dann haben wir es halt als, keine Ahnung, Lob oder was gesagt, gesehen, weißt du? Wenn du jetzt noch ein Outfit picken müsstest, was dir so in den letzten Jahren am besten bei dir selbst gefallen hat, wo du dich am wohlsten drin gefühlt hast, war es dann eher der Sneaker und die Baggy, die normale Hose, wie auch immer auf der Bühne oder war es dann schon doch auch nochmal der Anzug? Nee, es gibt auch richtig schöne Anzüge und richtig schöne Anzug-Outfits und inzwischen habe ich mir das ja auch so moduliert, dass ich mich auch da drin wohlfühle auf der Bühne und da rumhampeln kann, wie ich will und dann ist das auch super. Also seitdem, seitdem das so ist und ich habe den, ich liebe den Anzug, den ich den ganzen letzten Sommer getragen habe von Herrn von Eden in so einer geilen Pfirsichfarbe und dann ist nach einem, also das Outfit, bevor ich quasi noch, also beim Intro, da ist das Outfit noch super, ich schmeiß dann nach dem ersten Song schon das Dacor weg und dann ist es einfach nur noch sportlich, sag ich mal. Aber nee, ich bin eigentlich ein bisschen so ganz im Einklang mit den ganzen Sachen, aber es sind vor allem nicht mehr so viele Sachen, wo ich das dann später sehe und mich schäme. Das habe ich, es gibt Phasen, da habe ich das viel, viel öfter, also wo ich mich fast für alles schäme. Ich glaube, die gehören aber auch dazu. Ja, ja, denke ich auch. Du hast halt über 30 Jahre Musik, also von daher. Hat dich eigentlich im Laufe der ganzen Interviews rund um deine Best-of-Platte mal jemand tatsächlich gefragt, was dein Lieblingssong in den 25 Jahren gewesen ist? Nee, oder so, ja, vielleicht, aber wenn, dann gab es auch von mir, gibt es da immer nur die Antwort, das kann man so nicht sagen, weil das ist, wie wenn du Papa fragst, welches sind deine Lieblingskinder? Und es hat auch einfach immer so viel mit der Stimmung zu tun, weißt du, in der du bist, in der die Welt ist, keine Ahnung, das kann man einfach so nicht sagen. Jan, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. 25 Jahre Jan Delay, beziehungsweise natürlich schon mal ein paar mehr noch. Ja, genau, es ist so, 25 Jahre Jan Delay und Beginner sind 33. Krass, das ist eine Zeit. Apropos Zeit, danke, dass du dir die genommen hast für dieses Interview und schön, dass ihr auch mit dabei wart bei der 155. Episode. Ihr könnt die Episode gewohnt, wie auch sonst, auf YouTube, Spotify, Apple Podcast, etc. pp. hören und sehen und wir würden uns natürlich auch sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast und Videocontent folgt und überall die Release-Info aktiviert und die Dinge, die man so tut, damit man nichts mehr verpasst. Checkt natürlich Facebook, Instagram, TikTok und alle anderen Kanäle. Ihr kennt den Spaß. Checkt natürlich auch die Sneakersuchmaschine von den Jungs von Sneakerjägers oder holt euch die App von Deadstock Sneakerblog. Supporten könnt ihr uns mit einer positiven und 5 Sterne bezeichnenden Bewertung bei Spotify und Apple Podcast. Und da wir schon über 800 positive Bewertungen haben, über die wir uns sehr freuen, würde ich gerne noch mal kurz ein Statement hier teilen, was diese Woche von Matze069 kam. Und zwar schrieb er, ihr ballert einfach den besten Fashion-Content in Deutschland. Nicht nur Hype, sondern wirklich Storys und Tiefgang. Das macht euch aus. Dafür feiere ich euch. Das freut uns natürlich sehr. Ich hoffe, diese Episode gehört mit dazu. Ich gehe ehrlicherweise aber davon aus. Vielen Dank. Tut uns einen Gefallen, supportet unsere Podcasts und Videos und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für derlei Dinge interessiert von uns. Show some love. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Macht's gut. fifty-етьer Musik Oh, oh, oh